Ja, in den Seitengassen ist Japan nicht schön Verheilfe Leute, die Tiere in der Burg ist da gebrocklich und hier ist einfach alles frisch gemacht, neu gemacht und so Okay Wir müssen nach oben Eigentlich, okay Dann schauen wir doch mal Ich würde aber gerne auch noch ein paar Cousines treffen Da vorne sind doch welche Das stimmt, wie man die mal direkt zieht WTF Okay Holy shit Komm her du Zack Mönchst du, oder? Na? Zack Ah, noch mehr Geld Nimm das Geld 5000 Yen, hier, Stil wechseln Ja, ja, ich weiß So, haben wir noch ein paar Punkte Okay Oh, drei Skills stellen uns zur Verfügung 500 Points haben wir Okay, hier die Dinger zu machen kostet natürlich ein bisschen mehr Auf jeden Fall Was da näher, da brauchen wir nicht Fähigkeiten Ach du meine Güte, Luftangriff Puh, kostet ordentlich Und hier haben wir noch was tolles Glücklich sind's Beim Schusskranken würde die Trennlinie angezeigt Okay Stellen wir Zack Kostet aber auch ordentlich Geld dann Oh, jetzt haben wir noch Kommen wir noch 10 Pünktchen Das reicht für gar nichts Schade, aber wir müssen in die Richtung Hey, kommen wir nicht hierher? Ah ne, wir müssen hier lang Waaah Stell ich nicht zu an Alles gut Na, guck mal, hier wird schon wieder auf War das nicht die Stelle, wo wir letzten durchgelaufen sind Wo wir alles kaputt gemacht haben? Jetzt wird hier schon aufgeräumt Ist ja cool eigentlich Oh Hier sind wir hin Da Hier hin Zack Ich bin faul Man, 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 kann das nicht mal schneller gehen? Da ist auf jeden Fall eine Brauchungskamera Können wir das für unsere Infos gebrauchen? Ne Okay, der Ach, dann können wir eigentlich nur Detektivmodus gehen Die Kameras sind nur wirklich für QR-Codes eigentlich da Oder wenn wir ein bisschen lustiges fotografieren wollen Vielleicht Da ist mal eine Rauchen Ich würde hier gerne eine Rauchen Zack Achja, hier mal diese Raucher Das war dieser eine Typ, der extrem lange geschissen hat Also habe ich an die Tür geklopft Und dann ist plötzlich ein total gruseliger Typ rauskommen Der nach Yakuza aussah Hat mich zu Tode erschreckt Hm, ich dachte mir gerade Dass du nach Pisse stinkst Hast du dir echt in die Hose gemacht? Ne, glaub nicht Aber der andere Auf der anderen Seite kam aber etwas raus Alles klar Danke dafür Ich sollte mich besser auf den Weg machen Ja, ja Bevor sie dir noch mehr von Scheißern zu erzählen Was haben wir denn hier? Welche Räume Was haben wir hier? Ja Was ist das hier? Das ist einfach nur Das ist ein Internetcafé, ne? Ja Wie komme ich da hin? Hä? Achso, ja Mit dem mal sprechen Besonders war das Es ist Ja Da Was Isto Ich hoffe Es Das Es Ich bin Tukumo-Makoto. Mein Name ist sehr unbegründet, aber ich bin sehr unbegründet. Ich bin über die Internetseite. Das heißt, ich bin ein Zeug. 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 Ihr Seug ist ein Zeug. Mein Name ist Arragaki. Ich bin ein Zeug. Wir sind sehen, ob ich siehör. Ich bin ein Zeug. Das ist schmerzbar. Das geht nicht. Keine Betten. Das ist oft zuvor. Wer? Kannst Du wissen, Sie? Ein Zeug? Ich weiß nicht. Oh ja, oh ja, oh ja, Yagami C, YUTTAのアプリ入れてるではないですか YUTTA? Ah,例のつぶやきアプリか ところがこの僕の手にかかれば こいつも人探しツールに早変わりなのです 本当か? どうやるんだ? システムに侵入しますので少々お待ちを これでよし Yagami C,この画面を見てくだされ 試しに何か検索ワードを入れてみましょう まずは名前からですかな じゃあ、あらがき 次は検索期間を狭めてみましょう とりあえず京都 ほら、このように このように誰かがユッターでつぶやいた場所が地図上で確認できるのです まあ、そのためには管理者権限でシステムに侵入する必要があるのですがね へへ へへ へえ うーん、しかし128件ですか もうちょっと絞り込まないといけませんな って言われてもな では、知っていることを何でも入れてみましょうか Yagami C、先ほど店の名前を言っていましたね カムロ町のクラブ、アムール では、あらがき クラブ、アムールで検索してみましょう ほら、見てくだされ 一つに絞れましたぞ これが、あらがきのつぶやきなのか いえいえ 彼に関する目撃団です ですが、大きな手がかりになるはずです なにせこれは 10分前のつぶやきですから この人はまだ近くにいる可能性があります つまり、この人のもとにすぐさま向かい あらがき氏がどっちに行ったか聞いてみればいい ほんとか それじゃあ、今すぐ行ってくる Yagami C、あなたのマップアプリにも つぶやき地点をマークしておきました 有効活用してくだされ ああ、助かった たまには外に出ろよ あなたは、あなたのマップアプリに行くことができるか Ich will mich boxen. Ich bin auf Kacke. Scheinbar nicht. Schade. So, hier vorne. Wer soll der Typ sein, den wir suchen? Vielleicht der hier? Oh, ok. Zack. Hallo, ich hab geblockt, aber nicht. Ah, zack. Einfach umgeboxt. Nice. Hallo. Du trinkst noch? Oh, ok, er muss nach oben. So. Oh, wahrscheinlich der Typ mit dir, der einzige mit dem wir sprechen können. Ja? 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 Wie war das? Ich bin der Amur-Klub-A-Mur-Klub. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt hier? Oh, ich habe ihn schon gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich bin der Typ. Ich bin der Typ. Ich habe ihn nicht gesehen. Danke. Oh, er anpackt mich einfach. Okay. Zack. So. So. Na komm her. Atsch. Ups. Da ist ein bisschen was kaputt gegangen. Ich hätte gerne eine richtig krasse Massenschlacht. Was willst du machen, ne? Willst du Stress? So. Ich bin unjapanisch kaputt. Was haben wir hier? Ist das hier so ein riesiges Game Center oder was? Geil. Geh mal runter. Was ist hier was? Sprechen. Sternenmelde-Schalter für Drohnenrennen. Die bald starten werden. Wir treffen gerade noch einige Vorbereitungen. Warum kommen sie später wieder? Uuuuh. Drohnenrennen. Ach komm, ich kann sogar hier die Treppe einfach hochlaufen. So cool bin ich. Warum sollte ich hier hin? Hä? Ne. Ist ja nix. Ist ja mal gar nix. Ich weiß nicht, den Aufzug kann ich hier benutzen. Ups. War ich nicht. Okay, ist einfach gar nix. Das ist einfach nur für Drohnenrennen. Ja, okay. Riesiges Gebäude und dann nur ein Drohnen. Wohl dann noch mehr aus. Sieht aber egal. So, wir sanieren. Oh, jetzt hier diese komische, gruselige Statue. Wohl. Wohl. Du bist einiger. Es gibt Arragaki. Amuru. Wie ist das, was du? Ich bin an der Yagami-Kurie. Ich habe an den 14.3. Das ist ein passiert. Oh, das ist gut. Ich weiß, dass ich das nicht. Aber ich weiß nicht, aber... Ich weiß nicht, was du. Ich weiß wirklich nicht. Okay. Was würde beweisen, dass dieser Mann hier beteiligt war? Das Bild, wo er zu sehen ist. So, hier ist er ja nicht drauf. Ist das dasselbe Bild? Ist das dasselbe? Achso, es gibt natürlich Bilder. Nehme das. Lege den Beweis vor. Jawohl. Das ist das. Das ist das. Okay, gut. Ich wusste es. Was ist das? Nein, also wo wird man sein, hat ganzen Kume-Kwen-Yakuz-Einemann enthalten. So wie oft? Ich bin das驚ig. und wann hat die anderen? Die 3 oder 4 Menschen da. Aber auch die Yakuz sind da schrecklich durchgegenommen, nämlich alle wieder nach vorne. Auch da waren die Freundinnen die Jugendherbecier-Einemann. Ja. Das ist dann schon mal die Zeug Jägen-Einemann. Ich bin ein paar Minuten... die Kuhu-Kuhu... Ich bin ruhig, dass ich nicht mehr von mir eine Frage ausgedacht habe. Ich weiß, das ist okay. Und... weil es so über 10 Uhr gibt, plötzlich kurz verletzten... alle sind vom Havula von Kuhu-Kuhu... sogar für mich, der Herr Kuhu-Kuhu. In der Kuhu-Kuhu-Kuhu... wurde zwei Kuhu-Kuhu-Kuhu-Kuhu-Kuhu-Kuhu. Ja. Warum haben alle die Köhle aus dem店? Er hat sich schon mal an den Köhle zu sprechen, und hat sich dann noch ein paar Mal mit ihm zu sprechen. Das war auch ein paar Dinge. Ich glaube, auch die Köhle-Köhle-Köhle hat das Gefühl. Aber ich glaube, dass die Köhle das so machen. Ich weiß auch, dass ich das noch nicht wissen. So, wir müssen wieder Quästchen stellen, okay. Es gibt etwas, das mir nur dieser Kerl sein kann. Fangen wir damit an. Wegen der Reaktion der Polizei, wegen der Wachen kann man hinter den Club, wegen der Gewalt im Club. Die Kamera. So, okay, die Frage ist mir aber dasselbe, weil dem Club fräbts in der Polizei. Ja. So, wenn man sich die Karte oder so aufhören, dann kann man sich die Karte aufhören. So, wenn man ein Karte oder so aufhören kann, dann hat man sich die Karte oder so aufhören. Nach dem Fall kam der Polizei. Ja, der Karte ist hier. Das ist ein Karte. Was ist das Karte? Es ist nicht so, was ich gerade in der Polizei gesagt habe. Ich habe das Gefühl, dass die Schmerzen sind. Die Schmerzen sind nicht so schlecht, oder? Die Schmerzen sind nicht so schlecht. Wenn ich die Polizei gekommen bin, habe ich mich schon verletzt. Ich habe es schon mal eine Schmerzen. Ich habe es gesagt, dass es hier ein Schmerzen ist. Was ist das so schlecht? Okay, dann fack, du weh, uh, okay. Ich habe ja schon alles gefragt, ich wollte halt nur hier durch, ups, okay das ist dann Ich habe doch noch etwas korrekt, wann es das ist? Okay, oh Ja, wenn du da warst, dann gehst du in deinem Büro zurück. Warum? Na, das ist nicht so schnell. Ich verstehe es. Okay, was ist los in unserem Büro? Selfer der Steck. Ah, da sind schon ein paar Yakuza eigentlich. Dann haben wir direkt mal hier aufs Maul. Hallo die Dame, wollen sie bitte weggehen? Zack. Zack. Batsch. Schon wieder ein Hattori hier. Aua. Zack. Batsch, Batsch, Batsch. So. So, eigentlich würde ich hier ein bisschen kaputt machen. Zack. Zack. Aua. Ich bin ein Tsunami. Zack und Fahrrad. Hohohohohohoho. Batsch. Alles klar. So. So. Schon viel kaputt gemacht. Gegner angreifen. Mehr Details. Da brauchen wir, glaube ich, keine Details für. Was haben wir denn hier? Feuersalon? Hä? Ich kann nicht schreien. Wieso kann ich denn nicht schreien in den Feuersalon? Ach, Mann. So. Sind wir jetzt ein guter Zerstörer? Ja. Es geht langsam vorwärts. Würde ich sagen. Weil es sind auch noch Durchpunkte, die wir brauchen. Shop-Missionen haben wir fünf von 300, äh, beziehungsweise sieben von 407 erlegt. Okay. Und von Missionen haben wir zwei von 87, okay. Oh. Verdientes Geld. 51.000 habe ich schon verdient. Entwickelte Drohenteile. 162 gibt's. Ernährte Skills. 1926. Ja. Skills. Da gibt's einiges zu holen, denke ich mal. Was das dann geht. Hier können wir mit Freundschaft arbeiten und so. Okay. Fotos hast du jetzt etwas länger Zeit. Aha. So, hier. Jetzt besteht deine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die beschattete Person das bemerken, wenn du etwas zerbrichtst. Hä? Jetzt besteht die, äh, nicht bemerken, würdest du sagen, oder? Wenn du beim Beschatten von zehn Personen entdeckt wirst, fühlt sich die Vorsicht leicht langsamer. Beim Schatten verzichtet durch ein Leuchten leichter zu erkennen. Achso. Okay, Schloss knacken kann ich nicht. Nehmen wir aus den Hilfedinger eigentlich. Ja komm, ich spei jetzt erstmal ein bisschen, dass wir ein bisschen hier unser Leben unseres skillen können noch. Vielleicht brauchen wir das ja noch. So. Hier wird wieder gearbeitet. Achso, hier darf ich gar nicht hin. Cool. Was haben wir denn hier? Wet Kitchen, okay. Was ist das für ein Laden? Oh, ein Burger. Mit Ei, Zwiebelringe. Mhm, mhm, mhm. Oh, lecker, lecker. So. Essen uns mal den dicken Burger. Danke. Yum, yum, yum. So. 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 Dankeschön. So. Dann haben wir wieder ein paar Punkte für. Entschuldigung. Nein, das wollte ich nicht. Kamera. So. Ganz unauffällig. Kappa. Wir sollen wieder nach Hause, okay. Kann man ja noch irgendwas suchen hier? Ah. Okay. Das ist okay. Leben. Ah. Hier wird sogar drunter angezeigt. Ah. Darts. Hier kann ich Darts spielen. Was haben wir hier? Club Sega. Paradiesfeier, da kann ich ja nicht rein. Lass mal hier beim Dart mal reingehen. Ich würde gerne mal Darts spielen. Was haltet ihr davon? Was ist eigentlich das hier? Ach. Kumo-Frierte. Kann ich mir echt was angucken? Wie komme ich denn hier rein? Verwirr mich nicht so. Hallo? Achso, hier ist Raucherzone. Sprechen. Ähm. Was ist los? Soll ich dir eine gute Izukaya empfehlen? Oder hast du vielleicht Lust auf ein kleines Abendessen? Oh nein. Ist schon gut. Immer diese Kunden... Kundenfänger. Ich schätze, sie dachten, ich wäre ein potenzieller Kunde. Sie dachten. Okay. Ich wäre ein potenzieller Kunde. Hier auf der Seite noch was. Achso. Und hier kann ich einfach nur rauchen. Okay. Gibt's ja noch mehr zu erholen. Was haben wir denn hier? Ups. Hallo? Hallo. Und Cappuccino und so. Hm. Lecker Croissant. Und Toast. Die verkaufen einfach nur Toast. Ja, ich will abbrechen. Ups. Ich habe die ganze Zeit falsch. Taste. Wo kann ich Darts spielen? Ich dachte hier ist Darts spielen angesagt. Oh. Ups. Komm ich hier auch wieder hoch? Nein. Ja. Alles klar. Ach ne. Da hat wir ja hier. Ups. Für Start spielen müssen wir hier hin. Ich vergaß. Sorry. Seid ihr welche? Ne. Okay. Man hört einfach echt wie die Leute einfach... Da weiß ich schon wer was ist. Böse oder nicht böse. Hier geht's rein. Oh. Das sieht echt wie so eine Kneipe aus. Ja, Luxuskneipe. Hallo. Danke. Oh. Schau mal. Du kostest den jetzt nur so wenig. Können wir den mitnehmen oder müssen wir den hier trinken? Kannst du nicht mehr konsumieren, wenn du bereits verlinkst? Okay. Oh. Single Barrel. Den habe ich auch zu Hause. Gold. Der mit Honig glaube ich. Der war nicht. Find ich nicht so geil. Nika Whisky. Ja. Hey. Den habe ich auch zu Hause. Den da gibt es zum Beispiel. Den gibt es relativ günstig auf Amazon. Ich glaube für 27 Euro oder so. Lol. Hier gibt es echt so Markenzeug. Krass. Alles klar. Dankeschön. Dat kostet sie. Jawohl. Ich will eine Runde Darts spielen. Gucken wie gut das ist. 43.000 Geld. Wow. Stärkung sehen. Abbrechen. Bestätigen. Werfen. Kamera. Cursor. Okay. Ja. Was? Was? Äh. Oh. 300. 1. Okay. Okay. Gut. Ach du Scheiße. Ah. Jetzt ist niedrig. What? Okay. Das ist ein bisschen sehr kacke. Really? Hä? Das wollte ich gar nicht. Hm. Okay. Das war ein bisschen. Dass er so einfach so weit abweicht. Oh. Ein vernünftiges Nerven ist nicht möglich. So. Okay. Das Darts spielen muss ich mal. Na. Ja. Alles klar. Das ist echt. Na jetzt. Wow. Also wenigstens in der Nähe von dem was ich haben will. Da muss man echt ultra viel Gefühl kriegen für. Ja. Na. Hm. Wow. Also das ist. Darts spielen ist kacke. Das muss jetzt gut werden. Jawohl. Endlich. So muss das sein. Komm nochmal. Jawohl. Komm dann 180. Zack. Jawohl. Uh. Drei mal 180 Junge. Bam. So muss das sein. So. Single Bull. Hier wahrscheinlich. What the fuck. Ich glaube das war total daneben. Okay. Sieben und dann Doppelzwanzig. Das klingt eigentlich ganz gut. Treff ich. Natürlich nicht aber Doppelvierzehn. Ah könnte passen. Jawohl. Wir haben es geschafft. Hat nur ewig lang gedauert. Holy shit. Gehen wir dafür irgendwas? Acht Punkte. Wow. Na ja immerhin. Habe die 180 geworfen. Das wollte ich. Shop. Wo bin ich denn gerade? Äh. Vielleicht erkenne ich den. Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Bezwinge. Batam. Stell das von der Karte. Okay. Und hier müssen wir einfach noch alles trinken. Ich dachte ich müsste hier noch ein Spiel spielen. Aber gut. Gebäude abgeschlossen. Investiere über Quickstarter um alle GA Labs Projekte unter zu unterstützen. Okay. Investiere. Quickstarter. Okay. Nimm zehnmal ein Extrakt. Extrakt. Okay. Connect Puzzle. Puzzle Shogi Butter. Okay. Sehr was mit Darts. Was ist das? Spiele Minispiele. Und es kommt auch 100. Okay. Darts geht klar. Was haben wir hier? Siege 100. Im Kranich-Stil. Okay. Das geht auch klar. Da wird ich sagen Tiger-König. Besiege 1000 Gegner im Tiger-Stil. Okay. Vernichter. Das hatten wir auch schon. Große Erwartungen. Aktiviere eine Exaktion 300 Mal im Kampf. Zündstück haben wir schon. Okay. Besiege 50 Gegner mit einer Waffe. 300 Gegner mit einer Waffe. Okay. Das sollte alles machbar sein. Welche Punkte haben wir jetzt inzwischen? 590. Da braucht noch ein bisschen was. Hier einfach 10.080 einfach. 10.080 Punkte einfach. WTF. Das sind so viele Punkte. Zack, zack. So. Zack, zack. So. Zack. Und zack. Zack. So. Ich will mal den Stil wechseln. Bam. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, wir hören hier mal auf. Sehen wir uns im nächsten Stream und nächsten Folge auf YouTube wieder. Also haut rein. Ciao, ciao. Alsoien��겠습니다 Chatok. Ja. Am. Aber...